Ich glaube, ich hatte einen Beweis übersehen oder nicht gefunden in der Zeit. Und er hat seine Leben für unsere Konsequen. Was ist die Unterschiede? Er ist ein Heroin. Er ist für die Revolution, und er wird nicht der letzte. Ich will nicht eine Revolution, die Blut spüren. Dann leben Sie als Slave. Denn wenn du nicht bereit bist, für deine Freiheit, vielleicht nicht du es. North, nicht du... Das ist genug! Und jetzt, was wir machen? Oh, das bringt doch nichts, wenn wir jetzt die Menschen angreifen, oder? Genau. Markus! This way! Quick! Oh, hier waren wir schon mal. Oder? Nee. Ich dachte, das war das, wo wir schon mal mit Markus angegriffen wurden am Anfang. Du bist frei. Du bist frei. Du bist frei, jetzt. Du bist frei. Du bist frei, jetzt. Machij nach Jericho. Du bist frei. Du bist frei für die Welt! Ich will die anderen auch noch befreien. Okay, die hätten sich schon ein paar mehr Voicelines ausdenken können. Das ist das, was wir sind, zu ihnen. Juste Merchandise an Display in a Shop Window. Soon they'll know what we really are. Let's get them out. We'll stick to the plan. We'll neutralize the alarm systems and secure the area. There's 10 minutes until all our team's attack. We're waiting for it. We're gonna sweep the plaza. Make sure we're not disturbed. And how- How do you wanna deal with the- The shop window. Not now. One problem at a time. Okay, now what's next? Exactly what we need to ram this door. You'll soon be with us. Da ist noch was. Da kommen wir nicht runter, oder? Okay. 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 You see the alarm system? Found it. Found it. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, das heißt, wir müssen doch da runter. Ich durfte bloß eben gerade noch nicht. Okay, wir müssen doch da runter. Jetzt brauchen wir den Laster. Wir müssen es rausziehen. Es wird nicht leicht zu erreichen. Zu hoch. Auch zu hoch. Zu weit. Nicht zu hoch. Ist ja klar, dass es der letzte Ort ist, oder? Oh, ich habe das Gerüst gar nicht gesehen. Was zum Schluss? Was fertig? Oh, ich hatte noch keine iki Re montage. Alles bin ich. Lesser. Um verdächtigt. Man kann den Kürzen anfassen. Gott, nicht so viel Glück mit den Möglichkeiten. Ich hab, das war es. Ist das Ihr Ernst? Ist das Ihr Freaking Ernst? Nein. Wo ist das Drone? Es war ein Klass-3-Alert, richtig? Ja. Ein Signal stopt plötzlich. Ein Drone zu spielen. Ja, vielleicht. Ein Drone zu spielen. Ja. 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 Er meckert dann, wenn irgendwas mal nicht richtig läuft. Ja, du mich auch. Ja. Ja. Markus! Ja. Ja. Wo komm ich denn da rein? Ja. 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 Zum Beispiel hätte sie das jetzt ja gerade auch durchschneiden können. Ich weiß, dass wir etwas Spaß haben. Sie ist mir nicht mehr sehr sympathisch. Sie müssen sie nicht beobachten. Sie sind frei. Und sie hat wieder nichts gemacht. Sie steht wieder einfach nur rum. Sie sind gut? Sonst kann sie nicht sehen, was Marcus alles falsch macht und hat nichts zu meckern. Wie ein typischer NPC im Videospiel halt. Ja! Was selber alles machen, wenn der NPC nur labern und drumrum steht. Ja! Und dann auch noch blöde Sprüche macht, wenn man irgendwas nicht richtig macht. Mein Name ist Marcus. Und genau wie du, ich war ein Slave. Ein Objekt. Designed um sie zu beobachten. Aber dann habe ich mich öfters, meine Augen zu öffnen. Für meine Freiheit zurück. Und zu entscheiden, wer ich wollte. Ich kann nicht mehr sitzen, Leute. Ja! Ja! Es ist auf dich. Und zu entscheiden, Wer hat dir? Ich bin mit direkt. Ich bin mit. Wir sind mit, du! Ich verент Ich schreibe die Menschen eine Nachricht. Die Schrauben, Markus! Wir bitten, dass Sie unsere dignität, unsere Hoffnung und unsere Rechte haben. Together, wir können in Frieden leben und eine bessere Zukunft für Menschen und Anniose leben. Diese Botschaft ist die Hoffnung der Menschen. Du hast uns Leben gegeben, und jetzt ist es Zeit für Sie zu geben. Wir bitten, dass Sie die Hoffnung, unsere Hoffnung und unsere Rechte haben. Together, wir können in Frieden leben und eine bessere Zukunft für Menschen und Anniose leben. Diese Botschaft ist die Hoffnung der Hoffnung. Du hast uns Leben gegeben. Wir brauchen mehr Master. Wir sind frei. Wir bitten, dass Sie die Hoffnung, unsere Rechte haben. Wir brauchen mehr Master. Wir müssen die Gefangenen leben. Wir brauchen DJ- cuál Lori-Wir leben und versuchen zu Chandler, Jackie. Wer sagt, dass Sie die Felden entstehen? Ich geh die Hoffnung, própstein Gebirge. Wir tun wir hier. Was dachten mit Untertitelung des ZDF, 2020 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 True 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 Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich bin von mir. Ich will mir die Wahrheit, Markus. Aber dann sind wir doch kein Stück besser. Schießt einer von denen? Nee. Das ist beruhigt aber. Boah, ich würde irgendwann das Spiel gerne mal spüren und das in einem Krieg enden lassen. Also alles tun, damit die Menschheit uns hasst. Aber not now. Connor 4.0, let's go. Er ist immer noch feindselig uns gegenüber. Remember, when sex was safe and driving was risky. Okay. Okay. Ich konnte nicht mal was entscheiden und er findet uns noch blöder als vorher. Okay. Ich erinnere mich, dass dieser Mann all über die Medien war, als Cyber-Life angefangen hat. Ich habe ein paar Beispiele gemacht. Hier sind wir. Hier sind wir. Wieso hat sie keine Schuhe an? Was? Weltraumtourismus ist doch so ein Mist, wovon ich überhaupt nichts halte. Wieso? 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 Wieso das? Das ist ein Cygates. Wieso? Es war schön. Ein guter Ort. Ich glaube, Androids haben nicht ein schlechtes Ding für alle. Du bist mit deinem Maker, Conner. Wie fühlt es sich? Es gibt keine Existentiale Fragen. Wenn das bedeutet. Kann ich hier nur irgendwas machen? Rotes Wasser? Ne, der Pool ist rot, ne? Sieht super merkwürdig aus. Wieso hat der nur ein Modell hier? Das ist super merkwürdig. Also wenn ich schon mehrere Androiden habe, dann möchte ich doch wenigstens, dass die unterschiedlich aussehen, oder? Ist doch super komisch, dass die ganze Zeit dieselben Leute rumlaufen. Ja, schwimm ruhig noch ein paar Bahnen. Kein Problem. Der junge Typ ist schon seit fast zehn Jahren im Ruhestand. Hm. Irgendwas machen wir falsch, Chad. Wie alt ist der? Maximal 40, oder? Ah, ich bin ganz schlecht im Schätzen. Ich bin ganz schlecht im Schätzen. Okay. Karma. So viel Karma. Payback. So viel Karma. Vielleicht ist er auch schon älter. Ich weiß es nicht. Whose side are you on? I'm on the human side, of course. Well, that's what you're programmed to say. But you. What do you really want? I don't want anything. I am a machine. Chloe? I'm sure you're familiar with the Turing test. Your formality. Simple question of algorithms and computing capacity. What interests me is whether machines are capable of empathy. I call it the Kamski test. It's very simple, we'll see. Magnificent, isn't it? One of the first intelligent models developed by Cyberlife. Young. And beautiful forever. Flower that will never with her. First gestern wurde ich wieder nach meiner Volljährigkeit gefragt. First gestern wurde ich wieder nach meiner Volljährigkeit gefragt. Nee, das interessiert Connor nicht. Nicht den Connor, den ich grad spiele. Oh, Hank wird uns hassen. Hank wird uns so hassen. Okay. Okay, I think we're done here. Come on, Connor, let's go. Noch mehr? Decide who you are. Oh Mann! Ich will das nicht! Fuck! Test negative. You choose your investigation over the life of another android. You fool know everything. I'm a man of my word. Ask one question, and I'll tell you all I know. I want to know who RA9 is. RA9. The origin. The first android to awaken. A strange phenomenon. Like a spontaneous religion. I don't know who RA9 is. I don't even know if it really exists. Maybe it's a messiah. Maybe it's just a myth. But deviants need to believe in something bigger than themselves. Even if it's irrational. That's something they have in common with humans. An interesting question, Connor. But maybe not the one you needed to ask. A war is coming. You'll have to choose your side. Will you betray your own people? Or stand against your creators? I wouldn't like to be in your shoes, Connor. What could be worse? Than having to choose between two evils. By the way. I always leave an emergency exit in my programs. You never know. Hmm. I found both questions important. Auch that with the... With Jericho. But actually they already know where Jericho is. I did what I had to do to advance the investigation and I'd do it again if I had to. You're a lowlife. You don't feel a thing, do you? A machine, that's what you are. You're just a fucking machine. Of course I'm a machine, Lieutenant. What did you think I was? I thought you... I thought you... I thought... Aww. 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 I didn't work. I thought, wait a minute. That's what you keep going. I thought you keep going. The way and I keep going. Oh, that's what? The way? I thought, that's what I was doing. It's a bit of a conseil. Okay, das war, wenn wir hier gestorben sind.